Guten Morgen! Morgen! Einmal bitte Mathematik aus! Nö! Morgen! Guten Morgen! Ja stimmt! So, einmal bitte Mathematik aus! Der war anders lustig! Er war aber lustig! Andere, nur noch viel lustiger, aber es ist ja voll alt! So, ich habe gesagt, bitte Mathematik zurück aus! Junge, schieb dir dein Mathe sonst wohin! Du glaubst, ich hab keinen Bock auf Mathe! Gibt's doch gar nicht! Welche benügt ihr euch eigentlich? Sollten wir uns benehmen! Da wir hier in der Schule sind! Nee, was ist scheiße! Ja, Niklas? Können wir den beiden nicht mal zeigen, wie das früher in der Schule war? Das wäre eine Möglichkeit! Guck mal! Irgendwann vom Lehrer! Aha! Das ist geil! Entschuldigung! Entschuldigen Sie, Herr Schmidt, dass wir Sie beleidigt haben! Ich bin fertig! Ich bin fertig! Ich bin fertig! Ich hab gesagt, schluss jetzt! Oh, du bist drauf, bitte sag ich. Ja, wem. Nein, okay.